Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Drinnen 47 Das Herz ist keine Pumpe Das ist so ein Josef Beuys Satz, den ich mit Mitte 20 zum ersten Mal gelesen habe und der mir seither nicht mehr abhandengekommen ist Wie viel in diesem Satz steckt Man könnte ihn sofort widerlegen und sagen, doch ist es Es ist fast wie eine Maschine, die unseren ganzen Körper antreibt, die uns fortbewegt die bestimmt, wie gut wir vorankommen, wie schnell und wie leicht oder schwer All so etwas Vieles hängt von diesem funktionierenden Herzen ab Mein Vater ist an einer Herzinsuffizienz gestorben Gleichzeitig will dieser Satz von Beuys aber auch heißen Nein, das Herz pumpert nicht einfach so Es ist mehr Es ist ein fühlendes Organ Und tatsächlich ist das ja nachgewiesen In vielen Studien inzwischen, dass die sogenannte Stress-Kardio-Myopathie auch gebrochenes Herzsyndrom genannt häufig kurz nach einem emotional belastenden manchmal auch nach emotional sehr erfreulichen Ereignissen vorkommt Die Herzbeschwerden meines Vaters sind rasant schlimmer geworden als der Hund starb, der ein bedeutendes Familienmitglied war, weil über ihn viel Kommunikation in der Familie hergestellt wurde Das ist jetzt ein Jahr her, dass der Hund starb Ein halbes Jahr später war mein Vater tot Gestern, als ich in einem sehr netten Café zum Cappuccino saß, habe ich, wie auch in vielen anderen Cafés, den Cappuccino mit einem Milchschaumherz bekommen Und da dachte ich plötzlich So ein Herz wird häufig als Kitsch bezeichnet Aber dann hat man es auf dem Café und es freut einen doch Jemand hat sich Mühe gegeben für mich Und dann schickt einem eine Freundin ein Emoji mit einem Herzkussmund weil man was Gutes, was Hilfreiches oder so gesagt hat und man erkennt sofort Sie hat sich gefreut Sie ist berührt worden Ich habe ihr eine Freude gemacht Und klar, kann man das auch anders ausdrücken Wenn ich einen literarischen Text schreibe, dann funktioniert das alles so nicht Dann kann ich nicht schreiben Mein Herz schlägt laut vor Freude oder mein Herz rast Geht alles nicht, weil zu abgegriffen, verbraucht, Kitsch Und es ist gut, dass es nicht geht Aber in der Wirklichkeit, in diesem Leben, das wir jeden Tag leben hat so ein Herz eben doch eine Wirkung Auch aufs Herz wahrscheinlich Das ist jetzt keine besonders große Erkenntnis Aber wenn wir täglich herumlaufen, um auf große Erkenntnisse oder intellektuelle Ergiebigkeit zu warten Dann sehen wir möglicherweise die Herzen nicht mehr Und auch nicht die immer zu unterschätzten Sonnenauf- und Untergänge Das Kleinzeug eben, das gut für den Antrieb der Pumpe ist, die Beuys nicht Herz nennen will Das sage ich jetzt hier, so nebenbei Weil ich mich ja nicht an Weihnachten auf eine Kanzel stellen kann Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten Ihr aktueller Roman Jetzt bist du da Ist im Herbst 2023 bei Pieper erschienen Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir Natürlich auch als Podcast Hier kannst du unsere Podcasts hören Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr Te Gur, ja, das ist ja nicht so nett, kannst du mir